Alright, Runde 2. Was haben wir hier? Ein Mountain und viel Nonsense. Das muss weg. Okay, Cinderglades. Stuff, das nehmen wir. Fogges nehmen wir auch. Cinderglades spielen, nächste Runde, Advocat. Und dann Oath. Das war ein bisschen langsam, aber kann sich doch sehen lassen. Djarconico? Nee, gar nichts. Silver Network, okay. Spielen wir mal einen Oath of Nisa. Wir werden hier wahrscheinlich jedes Land nehmen. Ja, jedes Land auf jeden Fall. Unwahrscheinlich, dass wir was anderes nehmen. Oder auch nicht. Ja, wir wollen lieber eine Attacke als alles andere. Nehmen noch ein Land. Greifen an. Und hoffen, dass wir dann Land nächste Runde nachziehen. Dann sieht's doch nicht ganz gut aus. Dann sieht's ganz gut aus. Dann werden wir wahrscheinlich... Dauert noch das hier. Der Gelddrasi obliterator. Okay. Hm. Interesting. Da gibt's Ding. Und der wird auch nicht angreifen. Oh, Land ist sehr gut. Dann greifen wir mit beiden an. Ich vermute, es wird geblockt. Genau. Dann spielen wir... Thunders hier. Und gucken uns das an. Thunder Break. Pia, Pia, Obliterator. Ja, wir wollen auf jeden Fall keinen Thunder Break. Wenn jetzt Pia und Kiran kommt... Genau. Können wir mit den Partners hier angreifen? Uh. Hm. Interesting. Ich glaub, wir greifen trotzdem mit dem Partners hier an. Wenn er hier tauschen will, für allem ist das fair. Ja. Soll er machen. Dann können wir trotzdem den Hebron Archive legen. Wir können nur hoffen, dass dann kein Cola-Gans-Command raus springt. Aber... Wenn wär's auch egal. Beziehungsweise... Wär's nicht egal. Aber es wär doof. Ist das gleiche Deck, ne? Scheint nur wie gerade Hyped zu sein. Obwohl... Oh, dieser Obliterator... Obligator ist natürlich... Konigor macht den weg. Zeigt mir Thunder Break Regent. Okay. Okay. Hier haben wir leider... Kein Land. Hm. Wollen wir hier... den Return machen? Er hat noch Pia und Kiran in der Hand. Oh, ist das schwer. Weil wenn wir Radicalor legen, ist die Crew-Selection-Return nicht so gut. Wahrscheinlich würde es eher dazu führen, dass sowieso der Thunder Break nächste Runde kommt. Hm. Oder auch nicht. Ich meine... Wenn... Wenn der weiß, dass wir Attacker in der Hand haben, würde er wahrscheinlich nicht Thunder Break legen. Wahrscheinlich nicht, ne. Hm. Wenn wir Land ziehen würden, wäre das einfach. Dann würde ich jetzt einfach Rated Claw legen und blocken. Zwei Karten mit dem Archive zu ziehen, macht auch keinen Sinn. Dann kommen wir nicht auf 7 Mana. Wenn wir 5 Länder hätten, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Allerdings könnten wir einen Ramp nachziehen. Den können wir aber nicht spielen. Mhm. Can we remove it? Ich glaube es ist hier besser, den Mystic einfach so zu legen. Ja. Haben wir noch die Option, das Archive zu opfern? Falls jetzt wirklich irgendwas Brutales kommen sollte. Tens Crest in Mind. Okay, ja. Da geht die Attacker. Dann müssen wir natürlich auch blocken. Und zwei Karten ziehen. Moin. Hallo. Hallo. Geben die, der Name kam mir bekannt vor. Oh, ganz viele Forrests. Okay. Interesting. Dann vermute ich mal kommt jetzt Thunder Break Regent. Ja. Mit dem können wir leider nichts anfangen. Wir haben noch einen Wugi. Oh, den können wir nicht so erleben. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Thunder Break haut für 4. Soll ich jetzt einfach Go gesagt? Und jetzt kommt... What? 1, 3, 4, 5, 6. Hangabag Walker. Ja. Hangabag Walker ist ja Müll. Na gut. Dann müssen wir U-Gen lehnen. Und unser Sanctum opfern. Für einen Worldbreaker. Worldbreaker. Und U-Gen macht leider minus 4. Und schickt sich bei den Jordan. Wir wissen, da ist noch einmal Pia am Start. Nochmal 6. Nochmal Hangabag Walker. Nochmal Hangabag Walker. Nochmal Hangabag Walker. Nicht nett. 2. Und der Rest. Kann man das Land immerhin rausnehmen. Ist das gut, das Land rauszunehmen? Ja. Die farbige Manaquellen werden es wahrscheinlich nicht tun. Wir können zwar im Moment die Tokens beantworten, aber... 1. 1. 1. 2. 2. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 4. 7. 7. 8. 9. kam genau, ab dem Punkt, wo wir den Thought-Nocea gespielt haben, da kam irgendwie echt eine Menge dazu. Okay, also ich glaube, die Advocates wollen wir nicht und dafür Thought-Nocea und 2 Radiant Flames von dem, was wir erwarten können. Ja. Wollen wir, wir könnten wahrscheinlich einen Cozy Deck haben wollen. Weil das Match-Up schon so ein bisschen grindy ist, kann ich mir das gut vorstellen. Die Frage ist, was wir dann nicht wollen, Cozy Deck's Return ist glaube ich fair, Thought-Nocea dürfte auch fair sein, eine Chandra, ich glaube die Chandra wollen wir auch, Attacca ist fair, Ugin ist gut, vielleicht ist Ugin nicht gut genug. Hmm. Hmm. Allerdings nehmen wir auch ein bisschen was drauf. Ich glaube wir können mit einem Ugin ganz gut, klar. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht ist Ugin so gut. Ja, Ugin klingt so gut. Was wollen wir dann ausnehmen? Worldbreaker? Eigentlich nicht. Der Seven Advocate ist gar nicht so schlecht gegen den Beera of Silence. Der gut wahrscheinlich. Vielleicht ist da ein Thought-Nocea nicht so gut, weil der Beera, obwohl soll er den wohl spielen? Ein Conduit. Vielleicht wollen wir auch die fünf wieder reintun und denken, dass die sich gut miteinander verhalten, weil der Cozy nicht viel macht, also weil der nicht gut beantwortet werden kann. Allerdings spielen die Kreaturen, äh, spielen die Kreaturen, spielen Deck so viel Cartoon-Remove auch nach dem Boarden, dass wir nicht erwarten können, dass das alles so gut funktioniert. Schwierige Sache. Schwierige Sache. Ich glaube wir wollen eine von den dicken Sachen rausnehmen. Nehmen wir mal Chandra aus. Fangen wir an. Ja. Hm. Hm 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 hm. Nicht so supergut. Wenn es in Forest wäre, wäre das gar nicht so schlecht. Andererseits haben wir auch keinen Ramp. Unser Fairy werfen wir das mal weg. ja, 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 Keep und Sankte Blinge vielleicht ist es gar nicht so gut das Foothills jetzt zu legen, weil wir haben ja zwei von den Ländern drin die die Battlelands wenn wir es jetzt legen, müssen wir jetzt auch opfern, aber wir wollen vielleicht gar nicht so früh das legen, weil wenn wir den das Radiant Flames haben, wollen wir vielleicht eine Canopy-Wiste suchen das wäre wahrscheinlich besser hoffen wir mal, dass es überlegt Transgress wäre schade okay, überlebt nicht Thunderbreak wird gezeigt ja, irgendwie so ein Sanktem, Sanko hoffen wir mal kein Transgress no, no, Phoenix okay ist der egal, der ist nicht egal nehmen wir zwei und spielen Vegetation vielleicht wäre er nicht egal wenn wir planen, dass wir wenn wir wirklich planen, dass wir on-time-roadbreaker leben weil wir wissen ja auch, dass Thunderbreak-Region kommt ja, der war schlecht oh, das tut weh ja, 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 oh, Hangerback na gut das heißt jetzt ja, wir müssen jetzt das Cozylex-Return spielen da macht zwar der Hangerback Token mit einem Lunge kommt auch der Phoenix wieder ins Spiel da der Thunderbreak-Guard ist triggert aber wenn wir jetzt schaffen einen Lunge zu ziehen land no dann hätten wir Worldbreaker legen können und dann wäre alles weg gewesen aber so auch nicht GG ähm ja, wir überlegen ja keinen Zug mehr ding ding ich glaube man hätte das trotzdem spielen sollen Turn 3 um dem Phoenix loszuwerden weil wir erwarten, dass der Thunderbreak-Elect wird und dann wäre das besser gewesen okay, okay